Wir haben acht Leute drauf, sehe ich gerade. Also insofern ist doch ein bisschen mehr. Und ich hatte schon so ein bisschen Angst, dass du der Einzige bist, der da drin ist. Also insofern werde ich mal hier an der Stelle die anderen Kollegen auch begrüßen. Ja, perfekt auch sehen und so weiter. Das sollte jetzt eigentlich einigermaßen hier laufen sozusagen. Ich muss immer meine Kamera so ein bisschen ausrichten zu meinem kleinen Arbeitsplatz hier. Ich sage mal, mein Gesicht blende ich nicht ein. Kameras sind immer aus. Es interessiert doch keinen Menschen so wirklich, wie verschlafen der andere auf der anderen Seite so aussieht. Und ich sage mal, ja, wir sind hier heute zusammen. Ja, mit welchem Thema? NTG, also wohl das ganze Leidensthema. Und ich will jetzt nicht im Einzelnen abfragen, warum und wieso der Einzelne jetzt dabei ist. Aber ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was ich so ein bisschen weiß. Und ich weiß, naja, diejenigen, die das erste Mal NTG schreiben, die sind vielleicht so ein bisschen verunsichert, weil sie festgestellt haben, oh, da ist jetzt doch so ein bisschen Vielstoff. Das ist vielleicht ein bisschen lange her und ich war nie in Mathematik oder Physik so eine echte Leuchte. Und die alten Prüfungen und so weiter sind im Grunde genommen, habe ich mir mal angeguckt und weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Einige Aufgaben könnte ich wohl, andere wieder nicht. Also da spürt man vielleicht schon so ein kleines bisschen, Alter, da ist irgendwie so ein, da muss ich was tun, sonst wird das nichts. Und da seid ihr insofern auch gut sensibilisiert. Das ist der eine Part der neuen Leute. Dann gibt es viele Leute, die sagen, ach, weißt du was, ich versuche es einfach mal so. So, ich bereite mich so vor, lasse mich mal so in den Träger treiben. Der gibt mir dann schon die richtigen Informationen und irgendwie sind die in der Klasse ja auch alle irgendwie gleich drauf. Das ist dann meistens so die zweite Gruppe, die dann irgendwann mal so dann spätestens dann, wenn sie es nicht geschafft haben, hellhörig werden und sagen, okay, ich habe schon ein bisschen was gemacht und irgendwie hat es dann doch nicht gereicht. Auch vielleicht war ich schon in der mündlichen Prüfung und dann merkt man schon irgendwie, scheiße nochmal, Haku rückt in die Nähe und ich schleppe mich immer noch mit dem alten Scheiß rum. Und ganz wenige, aber die sind dann bei mir tatsächlich oft auch die häufigsten. Die sind dann schon beim zweiten Mal irgendwie sicher durchgefallen und sagen, Mann, Alter, ich habe jetzt noch genau einen Schuss frei und ich habe schon Haku fertig. Und genau das sind so diese und wenn du mir jetzt nicht hilfst, ich weiß nicht, ich habe zweimal schon richtig gelernt und so weiter und oder einmal das letzte Mal habe ich das letzte Mal richtig gelernt, hat nicht gereicht. Ja und dann fragen die mich, was die denn tun sollen, wo ich dann immer sage, naja, eigentlich hast du ja im Grunde schon eigentlich alles gemacht, was man hätte tun können. Und nun weiß ich nicht so genau, wer von euch jetzt aus welcher Ecke so kommt und das ist mir auch eigentlich egal. Ich tue immer so, als wenn ich dann irgendwie jetzt ganz neu mit jemandem so anfangen würde und sagen, okay, ganz neues Themenfeld. Und wenn du dann reinschaust, dann siehst du, dass unsere NTG-Geschichte sich immer aus diesen Themenfeldern hier zusammensetzt, irgendwie. Und ich habe das mal so in 2017 das erste Mal schon so zusammengetragen, als ich so dachte, ja, jetzt machen wir so eine kleine strukturierte Aufstellung von dem ganzen Zeug und so weiter. Und habe dann also aus den Prüfungen heraus sozusagen die einzelnen Themenfelder alle heraus generiert, um einfach auch meine Nachhilfe, die ich dann mit den Leuten so mache, dann entsprechend vorzubereiten und auch irgendwie aufzubauen. Und dann stellt man tatsächlich fest und auch auf die Gefahr, dass das vielleicht ein bisschen bekannt ist dem einen oder anderen, was zwingende Botschaft ist, ist natürlich hier die Formelsammlung. Denn ohne dieser Formelsammlung hast du eigentlich im NTG-Bereich kaum eine Chance, aber das weiß jeder auch. Die Bildungsträger geben euch diese Formelsammlung oder weisen euch zumindest an, sich die dann bei der IHK zu kaufen. Und empfehle ich auch, ganz wichtig, besorg dir das Scheißding, auch wenn das da 11 Euro kostet oder was. Ich habe gar keine Ahnung, wie teuer das ist, aber ich sage mal, ohne dem und vor allen Dingen auch das Lernen mit dieser Formelsammlung wirst du dann auf Dauer echt keine echte Chance haben. Du kriegst zwar in der Prüfung eine ganz neue, du siehst, ich habe hier eine von 2018. So furchtbar viel ändert sich nicht. Da sind wir dann auch immer so bei der Frage, ja, was muss ich denn, kommen die Themen, die jetzt in der neuen Formelsammlung drin sind, dran? Keine Ahnung, sage ich immer. Meistens ist es tatsächlich so, dass ein, zwei, drei Jahre verstreichen können, bis die Prüfungen dann neu geschrieben worden sind. Die IHK hat immer drei Prüfungsreserven, falls mal eine durchsickert und dann komplett neu verteilt werden muss. Das ist ja schon in der Vergangenheit passiert und diese Prüfungen ändern sich nicht so wirklich. Wäre schon ganz gut, wenn du so eine der neueren hättest, nicht also jetzt von 2016 oder sowas, da kann schon vielleicht was sein. Aber die hast du jedenfalls und mit diesen und alle Aufgaben, die du rechnest, auch bei deinem Bildungsträger, versuchst du bitte mit deiner Formelsammlung alle Formeln wiederzufinden und sie auch anwenden zu können. Das ist also die Bürgerpflicht. Und jetzt können wir nochmal so ein bisschen in die Themenfelder rein. Im Übrigen, wenn irgendeiner eine Frage hat oder sowas oder irgendwas auf dem Herzen brennt, weißt du, würde ich sagen, du fühlst dir, ob es thematisch da jetzt dazu passt oder nicht. Dann einfach losquatschen, denn ich sage mal, ich mache das hier nicht für mich. Ich weiß, was ich da alles leisten muss, um die Leute gut vorzubereiten. Ich mache das eigentlich ausschließlich für euch und wenn da was im Argen liegt, was du unbedingt besprechen willst, sofort raus damit. So, also, fangen wir mal mit dem an, was eigentlich immer gut läuft. Chemie kannst du natürlich hervorragend über Lernkarten lernen. Ich schreibe das mal hier drüber. Ich sage es zwar immer, aber das hier sind Lernkarten. Lernkarten, die gibt es überall im Internet zu kaufen, sage ich immer, für NTG. Und das Chemiezeug ist im Grunde tatsächlich gut, über Lernkarten zu lernen. Aber auch das brauchst du nicht zwingend. Ich weiß nicht, ob das 20 oder 30 Euro kostet da bei den Kollegen, weiß ich nicht. Lernen kannst du es am besten natürlich mit alten Prüfungen oder mit den Prüfungen ganz allgemein. Und meistens ist es die Aufgabe 1, die erste Aufgabe in der Prüfung, wo dann praktisch irgendwas über Korrosion und so weiter. Also ich habe es mal zusammengefasst, welche Themenfelder dann so bis dahin, und es sind auch keine dazugekommen, so im wirklichen Sinne, gefragt werden. Korrosion, chemische Reaktionen hat man wenig in der Formelsammlung drin. Säurebasen ist ein bisschen was in der Formelsammlung drin. Wasserchemie, Härte vom Wasser und so weiter. Elektrochemische Korrosion, Anode, Kathode. Ich hau nur mal so ein paar Schlagworte raus, nicht um zu zeigen, was für ein toller Hecht ich bin, aber das sind Dinge, die sollst du tatsächlich auch alle können. Korrosion findest du relativ wenig, aber wenn man das alles anhand der alten Prüfungen, anhand von alten Prüfungen trainierst, dann hast du auf jeden Fall mal die ersten 10 Punkte sicher. Ja, hört sich jetzt erstmal so charmant an, ist aber auch tatsächlich so. 10 Punkte, ich weiß gar nicht, ich schreibe es einfach mal so hin, damit wir das hier auch mal vielleicht vervollständigen. Die ersten 10 Punkte hast du sicher. Wenn du natürlich Pech hast und nicht das Richtige gelernt hast, wie setzt sich denn Luft zusammen und so weiter, welche sind die Schwerpunkte der Elemente und so weiter. Wenn du das nicht explizit gelernt hast, dann kannst du die Punkte nicht machen, weil wenn du mich jetzt irgendwie, was weiß ich, nach drei Wochen, vier Wochen fragst, dann weiß ich natürlich auch, alles klar, da ist Sauerstoff drin, das weiß ich schon, Sauerstoff 21%. Und dann bin ich so gut wie fertig, dann müsste ich selber nachgucken und sagen, ja, weiß ich nicht, ist da Argon drin, ist da Helium und so weiter sicherlich drin, aber ich glaube irgendwie, CO2 ist da drin, aber auch nur mit einem ganz geringen Teil, obwohl man das Gefühl hat, da ist immer so ganz, wir reden immer über CO2, aber die Menge ist klein und ich glaube es im Wesentlichen irgendwie, keine Ahnung, weiß das einer zufällig, aber egal. Wenn solche Fragen rankommen, dann kannst du nur hoffen, dass du sie vielleicht über die alten Aufgaben schon mal irgendwo gelesen und gewürdigt hast und dann ist das eine Aufgabe, ich weiß nicht, von 2007 oder 2008 gewesen und da bin ich also voll beim Thema. Jeder von euch muss sich auf jeden Fall mit den Prüfungen auseinandersetzen und das Erste, was du machst, egal wo du sie herbekommst, besorge dir die Prüfungen von, am besten von 2000 Prüfungen, Prüfungen von 2000, am besten, und jetzt mach mal den Witz auch fertig, 2022-1, das wäre super, ne? Dann brauchst du dir nämlich keine Sorgen mehr machen, aber die wirst du nicht kriegen, die gibt es auch nicht und ich habe sie auch nicht und ich will sie gar nicht haben, weil ich würde sie wahrscheinlich ausplappern, so ist es eben meine Natur. Ich habe sie also tatsächlich bis 2021-2 und wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt in meinem Facebook-Forum, ich glaube, da wirst du sicherlich den einen oder anderen finden, der vielleicht hilfsbereit sein könnte, aber Geld dafür bezahlen solltest du nicht und du solltest es auch möglichst als PDF haben, damit du das dann auch überall irgendwie auf deinem Handy oder auf deinem iPad oder sonst was, auf irgendeinem internetfähigen Geschichtchen da dann auch lesen kannst, um das dann auch zu nutzen. Ja, vielen Dank, ganz wichtig, also ein sehr schöner Beitrag und ich sage mal, die Vorsicht muss natürlich jeder selber walten und eine Sache kommt aber dazu, das muss man auch sagen, verhaftet werden immer nur diejenigen, die das bereitstellen und nicht diejenigen, die das in Anspruch nehmen, weil die Rechtsprechung ist eben so, dass derjenige, der aktiv etwas anbietet, die kriminelle Energie dahinter sozusagen hat und derjenige, der das jetzt runterlädt von so einer Dropbox zum Beispiel, das kann die IHK gar nicht wissen, ja, denn dann müsste sie selbst Betreiber sein und vielleicht, ich meine, ich bin ja auch ein Freund von irgendwie, pass auf, dass dir nichts passiert. Okay, aber zurück zu dem Zeug, das ist also euer Thema, ich bin da raus, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, Chemie und ich sage mal, das, was eigentlich auch immer noch relativ gut läuft, das ist die Statistik hier hinten. Das sind so die Dinger, wo man sagen kann, es sind keine Punktespender, doch das Lernfeld 1 hier mit Chemie schon, dann hast du hier die Statistik und das ist meistens nur ein, zwei Seiten, da geht es dann etwa um das, wahrscheinlich kannst du doch lesen, statistische Kennzahlen, Mittelwert, Standardabweichungen, Prozesskennzahlen, das W-Netz und so weiter und so weiter. Wie viel Prozent denn in der Normalverteilung liegen, was weiß ich, ein Sigma plus minus, dann sind es die 67 Prozent und so, oder 68 Prozent und so weiter und so weiter. Das hier, das kann man, wenn man ganz ehrlich ist, auch ganz gut über Lernkarten lernen, Lernkarten, wenn es die dann gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber du bist schon wieder voll dabei, dass ich sage, ja, dann nimmst du hier bitte auch die Aufgabe aus den Prüfungen. Aufgaben aus den Prüfungen durcharbeiten und dann wirst du schon sehen, wie die Fragestellung ist und du weißt ja schon selber, wenn du jetzt bis 21 gehst, von 20 bis 21, das sind zwar roundabout 20 Jahre, die dazwischen liegen, genau genommen 21 Jahre mit je zwei Prüfungen. Das heißt, da hast du 42 Prüfungen, die du durchscannen kannst. Und ich werde da auch immer gefragt, weil es ja bekannt ist, dass es eine Prüfungsumstellung in 2010 gab. Da hatte man ja früher bis 2010, wurde also mit Tabellenbuch und allen Unterlagen, die man so hatte, geprüft und hatte aber auch nur 60 Minuten Zeit und dann wurde umgestellt und ganz genau weiß ich es gar nicht, wann der echte Umstellungszeitpunkt ist. Das kann man aber an den Prüfungen erkennen, wenn du schaust. 60 Minuten Zeit ist alt, dann wurde auf 90 Minuten geswitcht und da galt dann auch nur noch die Formelsammlung der IHK als Hilfsmittel. Und tatsächlich finde ich das so, weil ich sie alle kenne, die Prüfung. Die alten Prüfungen, die sind im Prinzip ziemlich überschaubar. Das heißt, da musstest du eine Formel raussuchen, die man locker irgendwo findet, einsetzen und schon hast du deine Punkte bekommen. Also kurz und knackige, einfache Verständnisaufgaben. Und dann später hat sich das ein bisschen nach neu verwandelt, wo die Aufgaben dann doch verschachtelt gewesen sind, wo also Formeln zusammengebaut werden mussten und so weiter und so weiter. Und mein Tipp ist tatsächlich, weil ich ja gesagt habe, wir wollen ja hier Hilfestellung geben. Wie geht man da ran? Ich bin der Meinung, fang mit den alten an. Denn wenn die alten leichter waren oder anders waren, dann lernst du vom Leichten zum Schweren. Und das ist der richtige Weg. Wenn du natürlich mit den Neueren anfängst und rückwärts rechnest, dann hast du eigentlich genau das Problem, dass du erst einmal richtig den Wellenberg so überwinden musst. Denn der Lernaufwand ist aus meinem Gefühl heraus in etwa so. Und dann, wenn du hier hinten anfängst, wenn das die Schwere ist, wenn du so willst, dann siehst du schon alles klar. Wenn ich mit den neuen Prüfungen anfange, dann kriege ich viele Aufgaben, die sind wirklich blöd und knackig. Und dann fange ich doch lieber hier vorne irgendwo an und finde das leicht und weiß natürlich logischerweise, ja, damit erreiche ich jetzt noch nicht das, was ich können soll. Aber dann arbeite ich mich langsam nach vorne vor und dann habe ich eine gute Chance, vom Leichten zum Schweren zu lernen. Und das ist mein Tipp, wie man am besten damit vorgeht. Nun musst du ja nicht jede einzelne Aufgabe durchrechnen. Du kannst ja selber sehen, wie oft sich die Aufgaben wiederholen oder wo auch Änderungen in den Aufgaben sind. Und dann hast du eigentlich den richtigen Weg gefunden. Und das gilt für Statistik und Chemie hundertprozentig. Und dann bist du, auch wenn du Glück hast, nun muss man auch ehrlich sagen, auch hier gibt es wieder gemeine Fragen, wo auch die Lösungen der IHK leider falsch sind. Und dann bleibt immer die Hoffnung, dass der schlaue Prüfer erkennt, dass die Lösung falsch ist und trotzdem dann deine richtige Antwort, die dann auch als richtig zu werten, obwohl sie in der Lösung anders steht, die 10 Punkte verdient. Und dann hast du schon deine 20 Punkte eigentlich gefühlt, naja, relativ sicher nicht. Aber wenn du dann so ein bisschen patzt, kannst du sagen, naja, dann hast du 15 Punkte schon mal im Sack. Und um in die mündliche Prüfung zu kommen, brauchst du immer diese magische 30 Prozent. Aber du kannst davon ausgehen, bei deinen 30 Prozent, da werden die Prüfer dich auch wirklich auf Herz und Nieren prüfen, damit du weißt, alles klar, der ist jetzt nicht nur, also was weiß ich da, sondern jemand, der da nur bestehen will und eigentlich nichts können will, sondern der muss auch richtig ein bisschen was auf den Punkt bringen. Also, so weit, so gut. Und dann kommt das ganze Leiden. Auch mit den alten Prüfungen, da kannst du jetzt sagen, wieder von Elektrotechnik, ich will dir ja jetzt hier die einzelnen Themen nicht vorsprechen. Du kannst ja das, was ich hier habe, fotografieren, weißt du, wenn du das auf deinem Bildschirm hast und den groß gemacht hast, dann gibt es entweder bei Windows so ein Snipping-Tool oder aber du kannst es eben auch mit diesem GoToMeeting mit so einer Kamera da oben, kannst du dann praktisch einen Screenshot machen. Ich empfehle das auch dringend zu tun oder was auch immer, aber zumindest mal dann entsprechend diese Dinge dann hier für sich selber vielleicht mitzunehmen. Aber ich glaube, dieses Blatt ist im Internet überall vertreten. Und naja, viele andere Kollegen haben sich dann also inhaltlich an dem, was ich mal vorgearbeitet habe, in 2017 orientiert und mit ein paar anderen Themenfeldern das umsortiert. Und das kann man genauso nehmen. Das ist jetzt hier kein Heiligtum, weißt du, so. Okay, aber das sind Dinge, die kannst du machen. Da brauchst du noch nicht unbedingt so richtig viel mathematischen Background. Hier müsstest du eventuell vielleicht noch mal für dich selber mit dem Taschenrechner arbeiten können. Denn die Funktionen sind dann im Prinzip, also auch dann statistischer Natur, mit dem Taschenrechner vielleicht zu berechnen. Aber ich will jetzt auch keinen Unterricht in dem Sinne machen, dass ich sage, ja, komm, jetzt suchen wir mal ein paar Themen raus. Der Taschenrechner, und ich glaube, ich zeige Ihnen mal, weil auch das ist immer wieder meine Frage, ich denke, dass der Taschenrechner, glaube ich, das Maß aller Dinge mittlerweile, so bei den meisten Bildungsträgern ist, kann das einer von euch bestätigen? Luca, habt ihr auch diesen Taschenrechner bei euch, oder verwendest du den auch? So, und ich habe noch diesen anderen alten, weißt du, ich bin ja hier so ein richtiger Dinosaurier, kannst du schon beinahe sagen. Wenn ich dir mal die ganzen Taschenrechner sage, der erste Taschenrechner ist noch röriert, könnte man beinahe sagen, weißt du. Die wurden schon immer größer, aber am Ende tun die Taschenrechner alle, was sie sollen. Die Funktionen sind auch alle irgendwie ähnlich. Naja, nur hier sind sie ein bisschen anders als da, um die Daten rauszukriegen. Darum muss ich denn, weil ich ja in allen Welten zu Hause bin, immer manchmal überlegen, was habe ich denn jetzt hier eigentlich vorliegen und so weiter. Aber mit dem arbeitet man, und da muss man sich auch richtig gut mit auskennen, damit man weiß, wie man die Zahlen auch eingibt, ohne dass man, obwohl man alles richtig eingegeben hat, trotzdem ein falsches Ergebnis bekommt, weißt du. Und das muss man natürlich können. Den Taschenrechner musst du können, und ich weiß nicht, üben, bis der Arzt kommt, und vor allen Dingen in der Prüfung musst du dir ja sicher sein, dass die Zahlen, die du eintippst, auch wirklich richtig verarbeitet werden. Also üben mit dem Taschenrechner von Anfang an, und benutze ihn auch, selbst wenn du 2 mal 3 rechnest. Klar kann das jeder im Kopf, aber wenn du dann in der Prüfung bist und aufgeregt bist, dann ist 2 mal 3 nicht unbedingt 6. Das kann dann auch schon mal gefühlte 5,5 sein. Also da ist man dann im Prinzip vielleicht auch nicht immer Herr seiner Sinne, denn vielleicht hat man dann schon gesehen, okay, Chemie habe ich mich doch nicht so richtig top vorbereitet, die Frage habe ich nicht verstanden. Und da bist du auch mitten im Thema. Die Fragen sind oft so gestellt, dass man manchmal gar nicht so ganz genau weiß, was wollen die von einem. Weißt du, was wollen die? Und darum heißt es, lies die Frage durch, und wenn du sie nicht verstehst, dann auch nach dem 2. und 3. Mal nicht so richtig weißt, wie du antworten sollst, dann lass sie liegen, geh zur nächsten Frage. Weil vielleicht, man braucht das innerliche positive Gefühl, dass man schon ein paar Punkte gesammelt hat, und wenn man dann diese innere Sicherheit hat, dann kann man sich besser konzentrieren, man ist ein bisschen beruhigter, und vielleicht fallen einem dann die Dinge ein, die man sowieso schon weiß, aber gleich am Anfang vielleicht noch nicht abrufen konnte. Okay. Alte Prüfungen über alle Themenfelder. Und hier sind die Themenfelder also tatsächlich alle so ein bisschen tabelliert. Und nun wissen wir beide ja auch, diese Lösungen der IHK, ich hatte eben schon gesagt, sind ja nicht dazu gedacht, dass du damit lernen kannst, sondern sie dienen ja dem Prüfer als reine Korrekturvorlage, an der er sich so ein bisschen orientieren soll, damit er erkennt, welches Antwortenniveau so von dem Prüfling erwartet wurde. Okay. Und in diesem Zusammenhang fehlt uns oft die Erklärung der Aufgaben aus den Prüfungen. Man könnte praktisch sagen, das hier oben, das sind alles, da kann es wirklich schon sein, dass du da irgendwie keine schlauen Erkenntnisse mehr aus den Prüfungslösungen bekommst. Da braucht man zusätzliche Hilfe. Und diese zusätzliche Hilfe kann man sich natürlich holen, sage ich immer. Und ich bin da auch ganz ehrlich, natürlich will ich auch Geld verdienen, das weiß ja jeder. Aber im Grunde ist es tatsächlich so, das allererste, was ich tun würde, wäre doch, guck doch mal bei YouTube nach. Also guck bei YouTube nach, such nach NTG, such nach BQ oder irgendetwas. Dann findest du die ganzen Experten, die auch umsonst was in das Netz stellen, weißt du. Und ich habe die jetzt, gucke mir die natürlich auch ab und zu mal an, weil ich finde, wie machen die das denn so? Was machen die denn so viel besser als ich? Weißt du, ich bin ja auch irgendwie wissbegierig, um meine Arbeit, die ich mache, so gut wie möglich zu machen. Und wenn ich dann von anderen was abgucken kann, dann bin ich der Letzte, der sich dagegen wehrt. Also ich gucke da schon mal rein. Manche Videos sind ganz gut, manche sind ganz schlecht. Der Vorteil ist, der Scheiß kostet nichts. Und dementsprechend kannst du dich natürlich dann auch mit vielleicht einer minderwertigen Qualität durchaus also beschlauen in den einzelnen Themenfeldern, wo du dann eben nach Prüfungen suchst, 2015, was weiß ich, Herbst oder irgendetwas. Da findest du schon was. Aber das wisst ihr selber, YouTube. Was kann man denn noch tun? Da werden Prüfungsaufgaben vorgerechnet. Und das ist genau der richtige Punkt. Ich versuche immer erst mal die Aufgaben, die Prüfungsaufgaben selbst zu erarbeiten. Prüfungsaufgaben selber. Lösen. Das ist ein ganz wichtiger Pakt. Lösen. Denn in dem Moment, wo du ein Video anschmeißt, egal von wem, auch von mir, die du vielleicht für Geld kaufen musst, in dem Moment, wo du das anmachst, musst du auch die Kraft haben, wieder aufzuhören. Weil wenn ich dir die Geschichte der Lösung erzähle, dann ist die Geschichte erzählt, wenn das Endergebnis steht. Und dann kannst du nichts mehr lernen. Du musst immer die Kraft haben, zu sagen Stopp. Immer. Auch wenn du vielleicht denkst, ja, keine Ahnung, so viel Zeit habe ich nicht. Aber wenn du es nicht selber lernst, wirst du nie die Sicherheit haben, auch bei schwierigen Fragestellungen, dich selbst aus dem Sumpf ziehen zu können. Weißt du? Also, Prüfungsaufgaben selber lösen. Reingucken in YouTube. Und ich sage mal, natürlich will ich dir auch zeigen, was wir hier für tolle Sachen alle haben am Start. Weißt du? Wir haben ja hier unsere ganzen Videos verfilmt. Und ich habe damit angefangen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwann mal in 2010 habe ich damit mal angefangen, weil mein Sohn gesagt hat, Alter, wir sind im digitalen Zeitalter. So redet der mit mir. Weißt du? Und dann bin ich schon zutiefst beeindruckt. Und jetzt mache ich mal so ein zweites Fenster auf und nehme mal hier jetzt auch meine Kamera mal kurz weg, damit ihr nicht immer hin und her schalten müsst. Dann seht ihr im Prinzip schon auch das, was ich hier jetzt mal irgendwann mal so vorbereitet habe. Und unser gesamtes, wir haben ja so ein ganzes Videopaket, so ein Komplett-Videopaket. Und das ist so schwierig, das zu transportieren, was da alles so drin ist. Aber ich glaube, du kannst es schon sehen und kopier es dir ruhig. Aber vielleicht kann man es dann noch nicht mehr lesen. Aber ich will dir eigentlich im Prinzip ja auch nur zeigen, was hier jetzt eigentlich alles am Start ist. Weißt du? Wie viele Videos wir mittlerweile gemacht haben. Und wir haben Lösungsvideos von über 31 Stunden hier am Start. Weißt du? Nur für diese Industriemeister-Basisqualifikation NTG und die Prüfungen. Ich habe die 22.1 schon eingetragen. Ich habe die dann immer schon eine Stunde, nachdem ihr die schreibt, weil irgendjemand schickt sie mir dann immer schon noch zu, wofür ich natürlich auch mal sehr dankbar bin. Aber der Spender wird namentlich bei mir auch unter Anwendung von Folterwerkzeugen nicht preisgegeben, sodass man dann also sehen kann, was wir hier so an Lösungen haben. Und irgendwann wiederholt es sich auch. Und dann haben wir natürlich auch erkannt, komm, Alter, wie oft soll ich dir dann jetzt noch was über Korrosion erzählen? Das ist immer die Aufgabe 1 hier unten. Weißt du? Das Ding hier zum Beispiel. Die ist schon dreimal auch in den vorherigen Aufgabe 1 Videos dann irgendwo mal beschrieben worden. Weißt du? Und dann hat sich das erledigt. Dann kann man die Aufgaben zehnmal lösen, aber sie sind immer die gleichen. Und die brauchst du ja im Prinzip dann auch nicht, weil mehr als einmal verstehen kann man nicht. Und du möchtest ja trotzdem nur wissen, welche Fragestellungen waren denn schon mal irgendwie dran gewesen, um da Sicherheit zu kriegen, dass bei gleicher Fragestellung vielleicht dann auch eine richtig gute Antwort von dir rausgehauen wird. Genau. So, das ist ein Part hier, den haben wir früher mal alleine verkauft, weißt du? Und wir haben auch angefangen, die Dinger am Anfang immer kostenfrei zu vertreiben bei YouTube. Und dann haben wir aber gesagt, Mann, der Strom wird bei uns automatisch vom Konto abgebucht. So geht das irgendwie nicht. Und bei YouTube kannst du nicht reich werden. Weißt du, da haben wir, also ich sage mal, wirklich viele, viele Aufrufe gehabt vor etlichen Jahren. Und da hast du dann im Monat 50 Euro mit dir da rausgeholt. Und dann mussten sich die Teilnehmer Werbung angucken, weißt du, bis der Arzt kommt. Da habe ich auch gedacht, die Einzigen, die sich darüber freuen, sind die scheiß YouTube-Leute. Das kannst du dann mal konkret lassen. Also so machen wir es nicht. Diese NTG-Meisterprüfungen sind also hier jetzt namentlich hinterlegt. Kann man auch auf unserer, kannst du mir gerne per PN mal irgendwie schreiben, schick mir mal eine Zusammenfassung, dann mache ich einen Screenshot und schicke dir das rüber, wenn du das wissen willst. Das ist der eine Part. Aber im Grunde ist es so, du kannst ja nicht von vornherein gleich starten mit den Lösungen von Prüfungsaufgaben. Du musst ja auch irgendwie durch deinen Bildungsträger mal so ein paar Grundelemente haben. Und da haben wir dann tatsächlich entstanden von unseren Nachhilfesequenzen im Grunde genommen die Themenfelder, die du eben gesehen hast. Themenfeld 1 bis 7, weißt du? Ich habe hier jetzt sogar tatsächlich noch 8 dazugenommen, im Übrigen. Weil das sind dann Übungsaufgaben oder Fragen, Übungsaufgaben, die wir dabei hatten, so dass wir dann im Prinzip diese Themenfelder, wie euer Bildungsträger das auch macht, jetzt erklärt und das eben zu den einzelnen Fragestellungen, Wärmelehre und so weiter. Und das überlagert sich so ein kleines bisschen. Aber mit dem Zeug, in der Summe sind es 36 Videos für die Grundlagen mit 15 Stunden Spieldauer. Die Zeit musst du natürlich haben, um dir das anzugucken. Wenn du denkst, bist du jetzt fertig? Nein, ich habe gesagt, wir hauen alles rein, was wir je gemacht haben, weil ich habe keinen Bock, da im Grunde immer Einzelteile zu verkaufen. Nervt richtig. Dann haben wir hier ein, für euch kommt das hoffentlich nicht vor, eine Trainingssequenz für die mündliche Ergänzungsprüfung mit 8 Stunden. Da gibt es einen Fragekatalog mit 93 Fragen, wo du dich dann durchhangelst. Den kann man, und ich erzähle es auch nur deshalb, sehr, sehr gut auch verwenden, um zu gucken, ob man überhaupt inhaltlich das, was man hier oben in diesen Lernvideos gesehen hat, überhaupt verstanden hat. Denn hier wird eigentlich erklärt, was ist was? Also eigentlich kannst du sagen, beides zusammen ist eine super Vorbereitung. Spätestens für die mündliche Prüfung ist das eine zwingende Nacharbeitung, weil sonst hast du gar keine Chance. Und dann kommen die Leute, die schon zweimal die Prüfung gemacht haben und sagen, ja Mann, ich habe alles, wie du gesagt hast, gemacht und habe es trotzdem nicht geschafft. Die Aufgaben waren echt schlecht und ich habe den Faden verloren und ich hatte echt ein Blackout. Und dann sage ich zu denen, hast du denn die Prüfung alle gelernt? Ja, habe ich gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll. Und daraus ist dann praktisch dieses ganze Übungspaket entstanden hier, wo ich gesagt habe, okay, es sind zwar immer die gleichen Themen, aber du musst natürlich dann auch im Grunde einfach mal andere Fragestellungen haben. Man kann anders fragen. Weißt du, es ist immer das Gleiche, aber man kann eigentlich so um die Ecke denken und anders fragen, so wie die IHK das auch macht. Und dann habe ich einfach mal angefangen, Aufgaben zum Teil mir erst mal aus den Übungsbänden der IHK herauszugreifen, denn das ist auch ein Element, mit dem man arbeiten kann. Die sind aber bei weitem nicht so aussagefähig, wie man das gerne hätte. Wenn du die Übungsaufgaben IHK hast, dann bewegst du dich eher auf so einem Lokusniveau, sag ich immer, da sind zwar ein paar knackige Aufgaben dabei, aber meistens bewegst du dich so im leichten Fragemodus, weißt du, und das brauchst du gar nicht. Das leichten Fragemodus hast du über die alten Prüfungen. Und die schweren Prüfungen sind ganz wenige oder schwere Aufgaben sind wenige. Und es waren auch schon Aufgaben dran, im Übrigen, die in den Übungsbänden beschrieben waren und dann tatsächlich dann auch dann in der Prüfung genommen wurden. Die sind auch allenfalls los. Manchmal habe ich das Gefühl. Aber egal, soll nicht unser Thema sein. Wir haben dann das Übungspaket mit, ich glaube, keine Ahnung, wie viele Fragen sind denn das hier gewesen? Was weiß ich, 140, naja, 134 Übungsfragen. Ich habe sie nicht alle beantwortet, das siehst du schon. Das, was du hier siehst, sind alles Videomaterialien. Also mit 40 Stunden Videomaterial kannst du Übungsaufgaben gucken, eigentlich wie Prüfungen, nur anders gefragt. Und es existieren zu den Aufgaben immer Lösungsblätter, so wie du sie von der IHK her kennst. Nein, so wie du sie von mir kennst, weil da wird dann im Prinzip auch sukzessive aufeinander aufgebaut. Aber die allermeisten sind eben mit einem Video hinterlegt. Und wenn da irgendwo mal eine Aufgabe fehlt, die für euch interessant ist, meine Fresse, dann mache ich das doch auch just for free. Und das Ganze, das siehst du dann praktisch, das zeige ich dir auch gleich dann nochmal bei uns in dem entsprechenden. Für Logistiker ist auch mit drin, weil ich habe immer die Logistiker, die sagen, ja, wir sind zu stiefmütterlich. Ich habe auch keine Ahnung, keine Sau kümmert sich um uns. Und ich habe da auch eigentlich, ehrlich gesagt, keine große Böcke drauf, weil das ist also kein lohnendes Geschäft, wenn du das aus wirtschaftlicher Sicht betrachtest. Weißt du, darum ist das einfach mit drin. Wer diese Aufgaben hat, kann damit natürlich auch arbeiten, aber es sind bei weitem nicht so viele, wie eben da in den vorgenannten. Die technischen Fachwirte sind da mit drin. Da bin ich jetzt gerade dabei, das ein bisschen aufzubröseln. Aber auch das ist so eine stiefmütterliche Veranstaltung da. Es ist viel Arbeit und kaum Leute, die das interessiert. Also du siehst schon, ein bisschen müssen wir auch danach gucken. Und dir genau anguckst, dann landest du bei mir in meinem Streaming-Dienst. Und den wollte ich dir auch mal zeigen, weil keiner weiß das immer so genau, weißt du. Auch wenn das jetzt so eine Werbesendung ist hier, aber ich muss das irgendwie erklären, dann weißt du wenigstens, woran du auch bist und bist dann hinterher auch nicht irgendwie da, was weiß ich, verärgert oder enttäuscht, ist vielleicht das bessere Wort, wenn du siehst, was da jetzt so ist. Und dir, das, was ich dir eben so inhaltlich an Stunden gezeigt habe, das findest du hier in meiner Dropbox. Wir haben die Möglichkeit, die hier also für Personen freizuschalten und auch entsprechend nur zum Streamen einzustellen. und dann siehst du hier einmal die ganzen Videos, wie wir sie eben so gesehen hatten. Und jetzt muss ich immer selber gucken. Hier sind die Videos drin für diese entsprechenden Prüfungsfragen. Da siehst du schon immer, sie sind immer jahrgangsmäßig aufgelistet. Und ich gehe jetzt einfach mal in die 21.2 rein. Das ist ja die, die wir das im Herbst gehabt haben. So. Und da siehst du dann hier die einzelnen Lösungsvideos. Ich weiß immer nicht, wie lang die sind. Kannst du ja dann in dem Tabellenwerk selber sehen. Und meistens geht hier dann praktisch und das kannst du dir auch angucken. Ich mache das einfach mal auf. Ich schreibe die Prüfungsaufgaben also um, damit ich sie also tatsächlich dir auch eins zu eins so geben kann. Natürlich sind die Fragen ein bisschen anders, aber es ist eigentlich alles das Gleiche vom Inhalt und auch oft genauso beschissen gefragt wie in der Prüfung selbst. Und dann siehst du schon hier, was ich vorhin so sagte, pH-Wert, saurer Regen und so weiter. Und dann kannst du tatsächlich anhand dieses ganzen Gelörer, hier sage ich immer, die einzelnen Aufgaben tatsächlich, auch wenn du die Prüfungen nicht hast. Das gilt aber ehrlich gesagt nur für die letzten paar Jahre. Da weiß ich gar nicht, wann ich damit so angefangen habe. Aber du sollst trotzdem die Originalprüfung haben. Du sollst nicht hier mitarbeiten, sondern mit den Originalprüfungen. Die Lösungen sind auf der Originalprüfung basierend abgeleitet. Und dann kannst du damit arbeiten, weißt du? Und du kannst natürlich auch zurückgehen hier aus dem ganzen Zauber. Du kannst dir dann die Lösungsblätter angucken, weißt du? Das sind alles Dinge, die man dann auf dieser Dropbox sich angucken kann. Und das sind aber ehrlich gesagt meine Lösungen. Die habe ich selber erfunden. Ich kenne die Lösungen der IHK auch. Aber das, was ich dir hier erkläre, das ist eben im Grunde genommen eben auch zum Lernen gedacht und nicht nur zum so hätte er es schreiben sollen. Also das kennst du von meinen Videos bei YouTube sicherlich auch, wie er da arbeitet und meine Kralle und Handschrift und so weiter. Kennst du alles. Und so sind dann diese, hast du zwei Möglichkeiten, entweder zu gucken, alles klar, habe ich richtig gearbeitet. Die eine Aufgabe hier mit dem blöden Drehstrommotor, weißt du? Erinnerst du dich vielleicht noch dran? Ich weiß nicht, aber diejenigen, die es geschrieben haben, die waren echt verzweifelt. Sternschaltung oder nicht Sternschaltung und wie groß ist Strom und so weiter. War echt ein bisschen neu gewesen, ehrlich gesagt. Aber eigentlich, wenn man weiß, was, wenn man es kann, ist alles einfach. Ist ja immer so mein Lieblingsspruch, weißt du? Und für mich ist es auch immer ganz witzig, dann hier einfach mal so eine Anordnung. Die Fragestellung war so grässlich, dass man erst mal sich im Kopf dieses Bild machen musste, damit man eben überhaupt verstehen konnte, was man da sozusagen gefragt bekommt. Aber weißt du, ich bin ja ein Triebtäter, sage ich immer, mir macht ja diese NTG-Geschichte echt Spaß. Ich bin Techniker durch und durch und ich mache auch nur NTG. Und wenn dann einer fragt, ob er da so BWH und sowas oder irgendwie IKP und MIKP und was es da so alles gibt, dann sage ich immer, ja, das könnte ich auch alles machen. Aber ehrlich gesagt, habe ich da nicht so, mein Herzblut ist eben hier. Aber da haben wir hier heute im Forum den Kollegen Peter und den Peter Rohauk, der also im Grunde, mit dem ich schon viele, viele Jahre auch zusammen arbeite, an vielen Bildungsträgerstellen sozusagen auch gemeinsam hier in Hamburg tätig bin oder war zumindest, weil hat sich manches verändert hier in der Republik, auch durch den Online-Unterricht und so weiter. Der kann dann im Prinzip zu den Themenstellungen, die jetzt im kaufmännischen oder auch in diesem anderen soziologischen Bereich liegen, viel besser bearbeiten und verfügt eben auch über echt viel Erfahrung, ähnlich wie ich und kann dich dann auch eben durch die Prüfungen, in der gleichen Art und Weise führen, wie ich das hier für NTG kann. Genau. So, das wollte ich zumindest mal sagen und gibt es sonst noch irgendwas Schlaues? Ich weiß jetzt nicht so genau. Also ich habe euch jetzt so ein bisschen zugetextet und die Botschaft ist ganz einfach. Schnapp dir deine YouTube-Geschichten, wenn du klarkommst, ist super. Wenn dich YouTube nervt und die Leute dich nicht so ansprechen und du vielleicht auch tatsächlich nicht so mit der Sprache und mit allem, was die da so erklären, wie sie es erklären, klarkommt, ja, dann bist du bei mal, dann sage ich mal, verkaufe dir mein Paket, das Videopaket. Ich schreibe es einfach mal hin, Videopaket oder Teile davon, wenn du meinst, ich brauche den ganzen Mist, ich bin eh fit genug. Aber ich sage mal, ich arbeite vor allen Dingen für die Leute, die schwach sind und nicht für die, die es sowieso können. Das sind nicht die, die mich interessieren, sondern ich möchte, dass eben auch Schwache oder Leute, die vielleicht sich mit der Physik nicht so auskennen, trotzdem die Fragen dann beantworten können und ihr Ziel erreichen können. Und für die mache ich das, nicht für die super Guten, die will ich gar nicht sehen, weil die brauchen mich auch gar nicht. Denn es geht eben auch um mathematische Grundlagen, weißt du, die sind auch in diesem Lernvideo-Feld mit drin, dass du also richtig die Formeln umstellen kannst. Das kann, es darf nicht sein, dass du zu 80 Prozent weißt, wie es geht und die anderen 20 Prozent ist immer Glückssache. Also Formeln umstellen darf keine Glückssache sein, das ist Handwerkszeug, verstehst du? Und das kann man auch mit der alten Formelsammlung lernen. Da sage ich mal, da schnappst du dir die Formelsammlung, brauchst du mich auch eigentlich nicht dafür, Formelsammlung und suchst dir irgendeine Formel raus, die du dann nach einer gesuchten Größe umstellen möchtest. Das Blöde ist, du kannst sie natürlich umstellen, weißt aber natürlich nicht, ob es richtig ist, oder? Das ist das Leidige. Und in diesem Zusammenhang kann man auch hier wieder auf die altbewährten YouTube- und Videopakete zurückgreifen, die da so ihre Rolle spielen. Ja, und wenn du das alles machst und du hast ja noch Zeit genug, dann heißt es immer, du musst dir eine Zeitachse machen. Verstehst du? Denn eigentlich hast du hier eine Zeitachse, wo du lernen kannst und ich weiß jetzt gar nicht, wir haben dann im Grunde unsere acht Wochen jetzt noch roundabout oder neun, ich weiß es immer nicht so genau. Da fängst du dann mal mit den leichteren Sachen an, die du dann später wieder auffrischt und parallel läuft der Bildungsbetrieb ja vielleicht weiter und so weiter und vielleicht kommst du dann auch auf die Idee, dieses Sonntagsforum, so nenne ich das ja immer, diesen Sonntagsfrühschoppen oder Kompetenzgespräch, irgend so ein blödes Wort muss es ja geben, was wir dann tatsächlich so durchführen. Kannst du ja daran teilnehmen, das siehst du bei dem Facebook-Seitchen ja auch ganz oben, weißt du, dass wir solche Sonntagsforen da haben. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich dir die hier auch anbieten kann irgendwie. Denk mal nach, Junge. Ja, immer dann, wenn es so sein soll. Und das sind hier jetzt im Prinzip unsere geplanten Sonntagsforen und da starten wir immer sonntags hier. Kannst du ja sehen, am 6.3. geht es los und dann werden wir praktisch zu dem Thema Kräfte immer so ein kleines Intro machen, werden dann quasi erklären, was Kräfte sind, wie sie eingesetzt werden, wie sie zerlegt werden können, wie sie berechnet werden können, wie sie addiert werden können. Da brauche ich immer eine halbe Stunde ungefähr für, um irgendwie so ein bisschen so diesen physikalischen Grundlagenschleim da wieder hochzuspülen. Und dann suchen wir uns ein, zwei Aufgaben raus, denn mehr schafft man meistens in 90 Minuten nicht, um dann praktisch, also das, was wir da in dem Intro gehört haben, vielleicht nochmal umzusetzen oder zu sehen, was einem da noch gefehlt hat, um praktisch wirklich mal so einen kurzen Schlagabtausch, könnte man beinahe sagen, mit Grundlagen und Übungsaufgaben zu dem Thema Kräften. Denn das ist entstanden aus dem, was die Teilnehmer immer so wollten, weil die sagen, ja, Kräfte, ich habe hier früher auch Chemie drin gehabt, aber wir haben ja eben gesagt, Chemie ist einfach, brauchst du nicht. Aber dann kommt Kräfte, dann kommen Bewegungslehre und Wärmelehre und wir, und diejenigen, die daran teilnehmen, die sagen mir schon auch immer, welche Aufgaben die gerne machen wollen, was dich fragen, wir sind ja im Gespräch, ich bin ja hier kein Diktator, der sagt, das musst du jetzt machen, sondern ich schlage vor, kündige ich bei Facebook dann meistens auch an, das und das und das wollen wir machen und wenn sich jemand dafür interessiert und sagt, ja Mann, ich hätte da aber gerne noch irgendwie was anderes gemacht und so, dann schreibst du mir das bitte vor und ich weiß doch, ob das also themenfeldmäßig für alle interessant sein kann, so viel Erfahrung habe ich ja schon auch, ich mache das ja hier schon über, was weiß ich, muss ich jetzt mal selber nachdenken, 30 Jahre locker, weißt du? Also insofern hast du schon eine gewisse, kannst du ein gewisses Vertrauen haben, dass ich das auch einigermaßen zielsicher einschätzen kann, ob das für alle interessant ist oder ob das nur für dich interessant ist, aber da geht es eben auch darum, dass man da im Gespräch und nicht hier irgendwie so in so einem Lehrerbetrieb unterwegs ist, sondern wir zeichnen diese Sequenzen auf und stellen euch die dann auch tatsächlich bis zur nächsten Prüfung, also beliebig zum Abruf zur Verfügung, naja, damit du, wenn du dann irgendwann mal wirklich acht Wochen vor mit Kräften angefangen hast, dann kann es ja wohl sein, dass du vielleicht dann, was weiß ich, in den nächsten sechs Wochen, wenn du dich damit nicht beschäftigst, dann tatsächlich was vergessen hast, um das nochmal aufzufrischen, keine Ahnung, wenn nicht, ist ja gut, aber wenn du es brauchst, hast du immer die Möglichkeit und so entsteht dann praktisch eine Videoreihe, die dann quasi aus diesen Sonntagsfrühschoppen heraus resultiert und die, die sonntags keine Zeit haben, sind ja doch tatsächlich einige, die Familien haben und sagen, weißt du, da ist, der Tag ist mir heilig, sonst kündigt mir meine Frau, weißt du, haben wir darüber hinaus eben nochmal so zwei Tage Prüfungsvorbereitung hier vorne, weißt du, das ist dann Dienstag und Mittwoch, das überschneidet sich oft mit den Bildungsträgern, die dann auch ihre Prüfungsvorbereitungswochen haben, also muss jeder selber gucken, wie er klarkommt und das ist dann so im Grunde genommen meine Vorgehensweise, was ich so hier heute euch vorschlagen wollte, wie geht man damit um und ich fasse nochmal so ein bisschen zusammen, um das nochmal echt auf den Punkt zu bringen, du besorgst dir einfach deine Prüfungen von 2000 an, das ist also die Kernbotschaft und lass dir bitte in den Foren keinen Scheiß erzählen, haben ist besser, sie nicht benutzen ist ein anderes Thema, kapiert? So, dann geht es weiter, dass du dann dir für dich selber deine Themenfelder dir organisierst, wenn du keine richtig gute Ahnung hast und viel Defizite hast und merkst und musst viel lernen, dann fang vom Leichten zum Schweren an, wenn du gerade aus der Schule rausgekommen bist, dann fängst du auch gerne mal ein bisschen später und kannst natürlich, musst ja auch nicht mehr so viel Zeit investieren, irgendwo von 2010 beginnen, 2015, keine Ahnung, wirst ja selber merken, wie schlau und wie fett du da im Stoff stehst und so geht das ganze Spielchen, ein unterstützendes Hilfsmittel ist das YouTube-Zeug, vielleicht gibt es auch noch andere Plattformen, die weiß ich jetzt gar nicht, da irgendwelche Discords oder was weiß ich, oder ich muss es sagen, weil ich habe es hier echt vergessen, du kannst natürlich auch irgendwelche Arbeitsgemeinschaften machen, was Lerngruppen und so ein Zeug, weißt du, Lerngruppen, das habe ich hier echt vergessen, YouTube, Lerngruppen, aber da muss jeder selber gucken, Lerngruppen, kann man doch auch online machen und das muss ja auch nicht bei mir sein, wie ich das mit meinen Sonntagsforen mache, das kannst du auch selber organisieren, also ich will hier nichts unterdrücken, will aber auch für andere Leute jetzt hier keine Werbung machen, das muss ja auch so sein und das nimmst du praktisch erstmal so als Basis dazu und wenn du feststellst, im Videopaket sind die Übungsaufgaben, weißt du, die haben die alle anderen nicht, solche, diese 130 Übungsaufgaben, unsortiert, wo du eigentlich immer nicht weißt, was ist die nächste Aufgabe und so geht es ja in der Prüfung auch, das fängt mit Aufgabe 1 an, Aufgabe 2, alles neue Themenfelder und deshalb sind die Übungsaufgaben unsortiert, weil ich nicht will, dass du schon gleich von vornherein weißt, aha, das ist Chemie, du sollst lesen, einordnen und dann lösen, das sind die Schritte, oder die Algorithmen der Prüfungsaufgaben, Übungsaufgaben und dann siehst du schon, Alter, das ist so viel Energie und Zeit, die da reinläuft, da musst du versuchen, dich selber einzuordnen und ich will es auch nicht vergessen zu sagen, wenn du dann irgendwie jetzt im Laufe der Zeit für dich selber festgestellt hast, ja, da sind so, ich habe kein Videopaket gekauft, bei YouTube ist das scheiße erklärt, dann kannst du natürlich bei mir auch selbstverständlich im Grunde genommen mal so eine Nachhilfestunde buchen, da rufst du mich einfach an, und dann machen wir 90 Minuten nur deine Fragestellungen und das ist dann natürlich für diejenigen interessant, die eigentlich im Grunde die meisten Sachen können, aber eben ihre kleinen Schnitzer, die sie noch haben, wo sie vielleicht nicht ganz sicher sind, ob die Prüfungen in den Lösungen jetzt da so richtig geschrieben sind, die Lösungsprüfung, dann läuft das so. So, jetzt habe ich euch hier richtig schön geil vollgequatscht hier, ne, ich weiß nicht so ganz genau, jetzt wäre so mal der Moment, wo ich euch auch mal zu Wort kommen lassen will, ne, oder? Wäre ja vielleicht auch mal eine ganz faire Sache, oder? Also, ich weiß nicht, hat sich irgendwie aus dem Darstellungsprozess hier irgendwie eine Fragestellung für euch ergeben, wo man sagt, ja, das hätte ich den Bandit doch mal gerne.